Du wirst ein wenig älter, wir sehen es bei dir zwar nicht an, aber Gesundheit sollte begleiten. Von 70. Altersjahr bis zum 95. Und dann können wir dann wieder miteinander reden. Alles Gute Bernhard, Freude herz. Jetzt ist dein Geburtstag, und zwar ein Rundegeburtstag. Ich wünsche dir wirklich alles Gute, dass du weiterhin der grosse Mann bleibst, wann du immer gewesen bist, auf der Piste, neben der Piste, in deinem Leben. Lieber Bernhard, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 50. Es gibt zwar Leute, die sagen, du seist 70 geworden, aber das ist unmöglich, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil 70 ist ja mein Vater, und wenn ich dich einmal sehe, habe ich immer das Gefühl, du bist der ältere Bruder. Also ich freue mich, dass du noch mein älterer Bruder bleibst, so topfit wie du bist. Und ja, es gibt noch einiges zusammen zu entdecken, und irgendwann schläge ich dich nicht im Golf. In Gedanken können wir dann am Montag mit dir feiern. Genau. Weil feiern wissen wir ja, wie das sagt, mit dir. Das haben wir ja auch schon erlebt mit dir. Ja, Bernhard, alles Gute zu deinem 49. Ich wünsche dir, dass ich bald mit dir wieder Gold spielen kann, und dass wir zwei miteinander mit der Melodie Gotthard aufwehren. Bernhard, alles Gute und viel Glück. Gesundheit ist enorm wichtig, aber das wüsste ich auch auch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück zu deinem Geburtstag und gratuliere dir zu dir grossen Karriere. Du bist ein Vorbild gewesen für alle Sportler, aber auch noch heute eine ganz grosse Persönlichkeit. Was ja fast niemand weiss, auch wir haben zusammen Skirennen kommentiert. Es waren glaube ich nur zwei, drei Rennen gewesen, aber immerhin. Und darum bist du einfach ein Kollege, vor allem ein Jahrgangskollege. Und darum wünsche ich dir eigentlich das Beste, das man überhaupt noch wünschen kann. Nämlich, dass es dir gleich gut geht in der Zukunft wie mir. Mach's gut! Ich hoffe, dass niemandem etwas Dummes in sich kommt. Und meine Familie weiss, dass die kennen mich gut genug. Die sind gewarnt, dass es eigentlich keine Überraschungen braucht, keine Überraschungsparte und so. Aber ich lasse wirklich auf mich suchen und je nachdem wie das Wetter ist, will ich dann kurz und schlussend gleich noch eine Bergtour machen.